Hallo und willkommen zu Shadow of the Tomb Raider. Viel Spaß und let's play. Beim Kampf gegen Trinity hat es Urunato leider nicht geschafft und ist geschossen worden. Nach Fortsetzung der Mission wurden wir von Trinities Männer angegriffen und wir wurden wieder getrennt. Also ist Jonah wieder verschollen. Jetzt müssen wir ihn wiederfinden. Ich hoffe mal, er ist wohl auf. So, auf ihn mit, Gebrüll. Lara, komm. Wir ziehen jetzt weiter und finden Jonah und erledigen Trinity. Das ist das Minister. Hallo, Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rourke. Commander Rourke. Du hast mich abgehört und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben. Richtig? Ja, richtig. Na, hast du Angst, mit mir zu reden? Lara. Rassenposten. Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentleman. Ich gehe voraus. Oh. Was hast du denn? Ein Käfer? Oh, wärme Bild. Ich werde entdeckt. Scheiße. Falscher Alarm. Irgendein Tier. Ich werde auch gleich zum Tier. Okay, wie sollen wir das machen? Ich kriege sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Verdammt. Hey, sie heck bei mich. Zicken. Sein Croft kommt hier durch. Ach, verdammt. Dahin müssen wir. Hey, bei mich. Da. Ist ein Schleichweg. Es geht los. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Kommt da jemand? Ich hab doch mal. Oh, da. Komm, Freundchen. Dein letztes Stühnlein hat geschlagen. Siehst du? Das war eine Vorahnung. Ja, ich töte euch. Einen Namen an. So. Das ist schön geduckt. Nicht entdeckt werden. Einer weniger. Uh. Ich hab richtig Angst. Warte mal. Ich hab hier vielleicht was. Was denn? Was ist das denn so? Was gehört nicht hierher? Das hier. Hier ist nichts. Hat er das nicht gehört? Taubenus. Mir gefällt das nicht. Komm her. Wie viele von euch. Kommt er jetzt mal her? Tja. Ich weiß. Das hier. Tut mir gar nicht leid. Noch ein lautloskirch. So. Ich hab noch ein paar Flaschen über. Ey, ihr Flaschen. Kommt her. Mann, Mann, Mann. Nur leere Sprüche. Scheiße, ich hab satt für diese Arschlöcher einzuspringen. Oh. Vorposten? Ich hab hier was. Melde mich wieder. Zwei Leute noch. Moment. Ausschwärmen. Aber haltet Sichtkontakt. Ich begleite dich. Ist das ein Idiot. Er schießend an Frank. Hätte dein Kollege sein können. Ich muss irgendwas finden. Na, komm her. Geh vor raus. Waffen bereit. Suche läuft. Bin gefechtsbereit. Wuuuuh. Oh, scheiße. Ich seh mich lieber mal um. Ja. Immer auf Zack sein. Lose Rautenformation. Lose Rautenformation. Roger. Sehen wir uns mal um. Verdammt. Ziel wieder geordnet. Oh. Der Zug ist abgefahren. Shit. Auf Kreuzfeuer. Haben die mich gesehen. Jetzt hab ich mich versteckt. Feuer einstellen. Hört auf zu feuern. Doch, doch. Ich hätte was gebracht. Tja. Tut mir echt nicht leid. Oh. Oh. Da. Stirb du Saftsack. Hm. Schön in den Schädel. So. Ja, komm. Mann gegen Frau. Nee. Das ist ja alles. Guck. Schöne Hinrichtung. Jetzt haben wir da genug. So. Zerschrotten. Ah. Universalschlüssel. So. Das war's. Können wir noch irgendwas sammeln? Nichts nützliches. Oh, da. Äh. Nee. So. Hier oben. Oh. Ein paar Pflänzchen. Ach so. Noch ein paar Rauchbomben. Toll. Jede Hilfe kommt zu spät. Jetzt erstmal schlauer. Ja. Aber da ist das Ziel. Oh. Da ist noch was zum Sammeln. Ein paar Öltropfen. Jetzt können wir durch. Ja. Wir sind frei. Wir können hier durch. Ja. Es muss zum Optiker gehen. Oh. Shit. Nein. Du siehst gar nichts. Oh. Mit Schlamm besudeln. Schon wieder. Schlamm catchen. Oh. Scheiße. Das war wohl nix. So können wir eigentlich keine Waffe klauen. Das war wohl gar nichts. Voll daneben. Willst du dein letzter sein, Freundchen? Hier ist nichts. Noch nichts. Gleich wirst du dein blaues Wunder erleben. Noch mehr Opfer. Oh. Hast du schlechtes Gewissen? Ich nicht. Es war nett mit dir. Kurzes Erlebnis. Aber. Ich hoffe es hat weh getan. Da. Oh. Verdammt. Da kann ich dich nicht mitnehmen. Da sind noch zwei. Da ist noch einer, der guckt irgendwas. Auf dem Laptop. Alles voll. Oh. Ich kann nicht mehr tragen. Hey. Ich seh nach, was das war. Mach das mal. Und verabschiede dich von deinen kleinen Freunden. Ich komm dich holen. Sag ich doch. Sie kann echt brutal sein. Sie wird mir Tag für Tag immer sympathischer. Na, was guckst du denn da? Öh. Komm. Deine letzten Züge. Ja. Und tschüss. Ja. Ich glaub das war gut. Bevor es schlimmer wurde, hab ich das geklärt. Nee, das hören die doch bestimmt nicht. Warte mal, da ist ein Schädel. Warte, da läuft doch jemand. Der kommt bestimmt. Ups. Na, was siehst du denn da? Nein, das stimmt. Deine Eingeweide sind noch drin. Verdammt. Beim nächsten Mal gebe ich mir mehr Mühe. Ich geh mal nochmal zurück, hol mir das andere Ding. Das. Ha. Das wird jetzt explosiv. Hoffe ich doch. Hier, halt mal das. Ha. Ha. Strip so schnell. Nein. Oh fuck. Ach du scheiße, ich seh überhaupt nichts. Oh. Oh. Komm, du. Komm, 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 komm. Das war knapp. Ich muss sie finden. Ja, musst du. Komm, doppeltot. Verdammt, das hat nicht geklappt. Stirbst du gefälligst? Uh. Jetzt aber. Schwachmat. Wieso stirbt denn nicht? Jetzt aber. Und tschüss. Boah. Ich hab mehrmals daneben gezielt. Aber Axt, Exekution. Das ist doch schon mal ganz nett. Ich hatte Spaß. Ihr auch? Oh, Moment. So, Teil. Uh. Ich glaube, ich hab was zerstört. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Ich bin ganz gut geheilt. Adlau. Uh, Kanister. Uh. Ah, guck mal da. Da werf ich das gegen. Uh. Uh. Schöne Explosion, Lara. Ich bin stolz auf dich. Hier muss ich hin. Und du? Teleporter oder was? Nee, nix. Oh. Da schießt immer so eine Flamme raus. Warte mal, da müssen wir das bestimmt hinwerfen, ne? Probieren wir's mal. Ah. Ah. Nee, irgendwie nichts. Hier irgendwie hin? Ah. Da. Gott, bin ich blind. Jetzt hab ich's gesehen. Schnell noch einen Molotow-Cocktail basteln. Zu Feuer komm ich doch. Nicht hier mit. Oh. Oh, du Scheiße. Lara, bist du okay? Nein. Nein. Nein, Jonah. Raus aus dem Kanal. Was? Sie hören mit. Okay. Ich finde dich. Na klar. Moppelig und rund. Und hat ein Bart. Dich finden wir. Oh. Ich wär fast runtergesprungen. Ich glaub, dagegen muss ich springen. Oh. Irgendwie wollte sie nicht. Verdammt. So, ein zweiter Versuch. Aber jetzt. Komm, jetzt aber. Ja, genau so. Ab sein, glaub ich, ne? Oder da hoch. Ah, da hoch. Nee, das hat nix gebracht. Warte mal, ich guck mal nach unten. Vielleicht doch nach unten. Doch, nach unten. Komm, weiter, weiter, weiter. Ja, das sieht gut aus. Oh, was haben wir denn da? Oh. Wieder zu. Ein Rezept für ein Halluzinogen. Wird manchmal im Krieg benutzt. Endlich. Ein Bogen. Jetzt brauch ich noch ein paar Pfeile. Mach ich aus Menschenknochen. Der sollte helfen. Ja. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. Guter Plan. Ich bin auf deiner Seite. Furcht des Jaguars. Fähigkeit freigeschaltet. Oh. Mein Essen läuft weg. Furcht des Jaguars. Furchtpfeile veranlassen Menschen, andere in ihrer Umgebung anzugreifen. Ah, sehr gut. Gut. Äh. Nee. Äh. Hallo? Hört mich hier jemand? Niemand. Nur dieses Vieh auf dem Boden. Oh. Donkey Kong? Das machst du nie hier. Im falschen Spiel bist du auch. Dafür habe ich nicht genug Platz. Die Wahrheit. Andres Lopez Schilderung seiner Suche nach einem mächtigen Artefakt. Trinity kann von mir aus in diesem Dschungel verrotten. Und was den Paititianischen Herrscher betrifft, nicht einmal er kann wirklich begreifen, was diese Schatulle ist. Ich jedoch tue es. Und ich weiß, sie sollte nicht von irgendjemandem benutzt werden. Das wäre eine Katastrophe. Nur die Reinsten unter uns sollten darüber entscheiden, wie die Macht der Schatulle genutzt wird. Deshalb muss ich sie verstecken. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Oh. Schön dran reiben, damit wir es auch lesen können. Ja. 80 Prozent. Mama Zara. Das muss Mama Zara sein. Sie war die Inka-Göttin des Getreides und ihr Name bedeutet so viel wie Maismutter. Ich fand es schon immer amüsant, mit welchen Ritualen sie von den Menschen verehrt wurde. Wann immer ein Bauer eine ungewöhnliche Maispflanze fand, fertigte er daraus zu Mama Zaras Ehren eine Puppe an. Da sie außerdem die Göttin der Weidenbäume war, hängten die Bauern manchmal eine ihrer Maispuppen an eine Weide und tanzten um sie herum. Ich finde das auch sehr köstlich. Ich hab dich ein bisschen aufgezogen, Lara. Macht aber nix. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Du hast du so keine Pfeile, um mich zu erschießen. Wir müssen jetzt einen Weg hier rausfinden. Da direkt raus. Warte mal. Was war denn das? Oh. Kücher voller Pfeile. Uh, endlich. Basteln können wir nichts? Aber doch. So. Jetzt wird's scharf geschossen. Tau-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Scht. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Deacon-Training. Broke out. Gehen wir es an. Das klappt mir auch bald selber nicht. Furcht des Jakos. Halten Sie L2 und drücken Sie R1, um Furchtpfeile zu schießen, wodurch sich Feinde gegenseitig angreifen. Uh. Ja, das machen wir mal ganz locker. Gar kein Problem. So, der Erste bitte. Los. Brauchst du Hilfe? Uh. Oh. Friendly Fire. Hm. Das war wohl nix. Aber gut für uns. Äh, wir witzen da runter. Uh, nicht die Beine brechen. Ha, Edge. Ich war diesmal schlauer. Sie haben keine Chance. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich habe keine Chance. Das glaubst du. Ich lasse euch gegenseitig beschießen. So, halt mal Kopf da. Hey, wirst du es überleben? Nein. Du bist einer von denen. Keiner mehr in Sicht. Oh. Schön, dass du von alleine gestorben bist. Finde ich sehr gut. Das ist aber nett. So spare ich mir die Feile. Schon wieder. Jonah, ist schon wieder passiert. Ich mache hier alles kaputt. So. Wer will brennen? Oh, was? Oh, oh. Der Kanister brennt. Nicht, dass ich hier den ganzen Wald hier in Flammen... Oh, da. Kannst du mich ablösen? Kannst du mich ablösen? Ich soll mich bei Mautiz melden. Ja. Dann habe ich was zu tun. Hier, halt mal. Oh. Sehr guter Schuss. Oder sehr schöne Explosion. Besser so. Und die Hoden weg. Kann ich dir helfen? Ja. Mach weiter so. Er schießt deine Freunde. Das ist sehr gut. Oh. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ups. Hinlegen. Ja, und deine Nüsse sind weg. Oh. Wolltest du noch irgendwelche verabschiedende Worte sagen? Oh. Schon wieder was kaputt gemacht. Das gibt es auch gar nicht. Ich habe kein Händchen dafür. Auch wenn es der Plan ist. Alles kaputt zu machen. Oh. Oh, da ist mein Ziel. Aber davor... würde ich hier alles sammeln. Ich habe wieder die Sammelwut. Ich habe schon lange nichts geshoppt. Dafür habe ich nicht genug Platz. Komm, alright. Täusch mich nicht. Oh, warte mal. Das war ein Feder, glaube ich, ne? Mein Markenzeichen. Da komme ich irgendwie nicht ran. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja. Miss Croft. Alles okay. Ich gehe schon. Aber das nehme ich mit. Verdammt. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich habe irgendwie so viele Sachen dabei. Obwohl ich dachte, ich könnte noch mehr mitnehmen. Hier kann man sich echt verlaufen. Oh, hier ist es richtig, ne? Ja. Wieder eine Falle? Ich glaube schon. Ein Fähigkeitspunkt. So. Jetzt seid ihr erledigt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.